Ja, Sarah Lager ist auch zu mir gekommen. Freut mich, dass sie sich Zeit genommen haben und sie strahlt auch. Also das war ein, wahrscheinlich auch aus ihrer Sicht, durchaus zufriedenstellender Weitsprung. Ja, genau. Also sechs Meter bin ich dann doch noch gesprungen im dritten und das ist eine konstante Leistung. Es ist jetzt nichts Großartiges, aber es passt. Gut, das eigene Anspruchsdenken ist halt schon jetzt ein bisschen gestiegen. Also sechs Meter müssen es schon mindestens sein, oder? Ja, also ich wäre gerne weitergesprungen, aber wie gesagt, sechs Meter passt gut. Okay, jetzt geht es dann gleich weiter mit einer, nach einer kleinen Pause Speer. Wie ist das alles einzuordnen? Auch schon nachdem es jetzt ein bisschen lang schon wird das Ganze. Ja, also jetzt muss ich Speer schon weit werfen. Also so um die 45 Meter wäre cool. Und natürlich wird es jetzt schon immer schwieriger, auch mit der Sonne und so, aber wir schaffen das. Sechstausend Punkte. Ist das, wie schaut es da aus? Ja, wie gesagt, jetzt muss ich ziemlich weit Speer werfen, damit das noch drin ist, aber probieren werde ich es auf jeden Fall. Dann wünschen wir dafür alles Gute. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.